Meine Damen und Herren, sehen Sie nun Burt Reynolds, Candice Bergen und George Siegel in dem amerikanischen Spielfilm, sie nannten ihn Stick aus dem Jahre 1983. Im Mittelpunkt des rasanten Actionfilms steht ein entlassener Strafgefangener, der in Florida Fuß fassen möchte, aber schon bald in kriminelle Machenschaften verwickelt wird, in Machenschaften skrupelloser Drogenschieber und jetzt um sein Leben fürchten muss.